Hallo Guten Tag und herzlich Willkommen zu meinem Video über traditionelle chinesische Medizin. Das heutige Thema dreht sich um Nessersucht aus Sicht der TCM. Was ist eigentlich Nessersucht? Nessersucht oder Urticaria, wie der medizinische Fachbegriff lautet, ist eine weltweit verwaltete Hautkrankheit. Jede vierte Erwachsenen zwischen dem 20. und 14. Lebensjahr erkannte nach Schätzung der Fachleute mindestens einmal im Leben an Nessersucht. Allein an der besonders schwerwiegenden chronischen Nessersucht leiden in Deutschland rund 800.000 Menschen. Der Name Urticaria leitet sich von den vergleichbaren Beschwerden beim Hautkontakt mit einer Brennnessin, nennheimischer Urticaria, ab. Die Symptome jedoch können ohne erkennbare Auslöse spontan auftreten. Bei vielen Betroffenen verschwindet der Hautausschlag nach wenigen Tagen plötzlich wieder und in den meisten Fällen bleibt es bei dieser einmaligen Episode, akute Urticaria. Die nach spätestens sechs Wochen wieder ab klingt, aber bei vielen treten Patienten die Nessersucht jahrelang immer wieder auf, was das gesamte Leben negativ beeinflussen kann. Bei etwa jeden fünfzehnten Patienten entwickelt sich eine chronische Form der Nessersucht. Dabei kommt es immer wieder zu Krankheitsschüben oder permanent bestehende Korder. Die westliche Standardtherapie ist die Gabe von Antihistaminika. Bei sehr schweren Verläufen kann eine Behandlung mit Choriosum intravenus im Krankenhaus notwendig sein. Formen der Nessersucht Grundsätzlich unterscheidet man in der Medizin drei Arten von Nessersucht. Die akute spontane Urticaria, die chronisch spontane Urticaria bzw. idiopathische Urticaria und die chronisch induzierbare Urticaria. Die akute spontane Nessersucht tritt ohne offensichtlich Auslöse auf. Viele Betroffene leiden allerdings an akuten Infektionen der Atemweg oder des Verdauungstraktes. Daher wird hier ein Zusammenhang vermutet. Auch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder eine Allergie können die Ursache sein. Die chronisch spontane Nessersucht. Wenn eine spontane Urticaria länger als sechs Wochen anhält, wird sie als chronisch spontane Urticaria bezeichnet. Hier können die Symptome entweder kontinuierlich oder wiederholt mit kurzer oder längerer symptomfreier Phase dazwischen auftreten. Ursache einer spontane chronische Nessersucht können sein. Chronische Infekte. Wiederkennende Infekte wie beispielsweise eine Nasen-Liebung, Höhlenentzündung, Mandeentzündung oder Kieferabsetz. Autoimmuneraktionen. Abwehrzellen des Immunsystems gehen gegen körpereigene Zellen vor. Überempfindlichkeit für Südoallergie. Das Immunsystem reagiert überempfindlich auf bestimmte Zusatzstoffe wie Nahrungsmittel, Aromastoffe, Kosmetika oder Medikamente. Eine chronisch spontane Urticaria kann aber auch durch andere Faktoren ausgelöst werden, z.B. im Rahmen einer Allergie. In 20% der Fälle kann aber keine genaue Ursache ausgemacht werden. Da spricht man vor eine idiopathische Urticaria. Die chronische induzibale Nessersucht. Bei der chronisch induzibalen Form ist es bei bestimmten Reisen, der die Nessersucht immer wieder hervorruft und Korte auslöst. Handelt es sich bei diesen Reisen um eine physikalische Größe wie Druck, Kälte, Wärme oder Licht. Spricht man auch von einer physikalischen Nessersucht. Daher wird sie zur besten Übersicht weiter unterteilt in die chronisch allergische Urticaria, Wärme-Kontakt-Uticaria. Bei dieser Form entstehen die Symptome durch eine Erhöhung der Körpertemperatur. Das kann durch Schwitzen, Hitzen oder auch einfache Nusch-Tests erfolgen. Häufigst Symptom bei einer chronisch allergischen Nessersucht ist eine gerötete Haut, die vor etwa stärkender Kopfgussquadre übersetzt ist. Diese treten vor allem an Armen, Beinen, Brusten oder Bauch sowie auch die Lücken auf. Bei Abkühlung des Körpers klingen die Symptome meistens wieder rasch ab. Die Kälte-Budicaria. Sie springen auf kalte Luft, kalte Flüssigkeiten oder kalte Gegenstände an. Wo die Temperaturgrenze bei dieser Form der Nessersucht liegt, ist von Patienten zum Patienten verschieden. Bei einigen genügt vielleicht ein kalter Schweißfilm auf der Haut, um die Uticaria auszulösen. Die Körpers entstehen meist nach einigen Minuten und können den Betroffenen für einige Stunden köln. Die Druck-Uticaria. Ein anhaltender Druck löst hier zeitlich versetzende die Hauterkrankung aus. Erst nach drei bis zwölf Stunden entstehen die Körpers auf der Haut. Daher wird ein direkter Zusammenhang mit der Druckanwirkung oft nur schwer erkrankt. Die Vibrations-Uticaria. Ein möglicher Auslöser der Uticaria kann Vibrations sein, wie etwa bei Arbeit mit dem Presslufthammer. Die Licht-Uticaria. Eine Ursache kann auch UV-Licht, z.B. in Solaria oder sichtbares Licht sein. Und als letzte Variante noch die Uticaria Facticia. Ausgelöst wird die Nessersucht hier durch sogenannte Scherkräfte, die auf die Haut einwirken. Diese Kräfte entstehen bei Einwirkungen auf die Haut, wie beispielsweise Kraten, Reiben oder Scheuen. Die Symptome der Nessersucht. Uticaria, Nessersucht oder Kraten können die verschiedensten Auslösen haben. Von Medikamenten, über Nahrungsmittel, Bakterien oder viralen Infektionen. Andere Grunderkrankungen, Insektenbiss, Kälte, Hitz, Sonnenlicht oder Druck können die unterschiedlichsten Faktoren zur Uticaria führen. Zwar ist der Name Uticaria weniger geläuft, die mitunter kaltenden Symptomen der Nessersucht, die grundsätzlich jeder treffen können, sind es hingegen schon. Flüssigkeitsansammlungen in tieferen Hautschichten führen zu Hautschwellungen, die stark schmerzen können. Plötzlich bilden sich auf der Haut Rötungen, kurze Zeit später folgen, blasrot bis leuchtende rote Erhebungen. Diese sogenannten Kraten können klein sein, wie einen stärken Nadelkopf oder groß wie eine Händefläche. Die Kraten können das Lück auslösen. Starkes Brennen auf der Haut. Die spannt sich auf der Kraten, da sich unten ihre Flüssigkeit ansammelt. Die Kraten bilden sich meist ohne Therapie nach 24 Stunden vollständig zurück. Jedoch können dafür gleichzeitig an anderen Städten neu entstehen. Bei der häufigen auftretenden Form der akuten spontanen Uticaria verteilt sich die Kraten unregelmäßiger auf der gesamten Haut. Kann man Nessersucht verbogen? Nessersucht kann nicht vorgebogen werden, da die Hauterkrankungen in den meisten Fällen spontan entstehen. Grundsätzlich soll die Auslösung vermieden werden, aber das funktioniert natürlich nur, wenn dies eindeutig identifiziert werden könnte. In bestimmten Fällen kann aber die Umstellung der Ernährung oder das Vermeiden von verschiedenen Medikamenten erfolgreich sein. Die Nessersucht aus Sicht der TCM Im chinesischen Namen für die Uticaria steckt, wie so oft bei jüngeren Hauterkrankungen, die Beschreibung Wind. Getreu der Name Widerwind handelt es sich um eine solche Windschädigung, findet sich in der Anamnese meist auch Kälte oder Hitze bzw. Feuchtigkeit. Erste Beschreibung der Nessersucht findet sich bereits in ältesten Werken der chinesischen Medizin, dem klassischen des Gelben Kaisers zur Inneren Medizin, beginnt um 200 vor Christus. Heute zu sagen, wird die Uticaria häufig als Wind-Ausschlaggruppen bezeichnet. Dies bringt zum Ausdruck, dass die Nessersucht und den Häuschenfung als eine Windschädigung angesehen wird. Wind Fung ist der häufigste vom Außen auf die Menschen treffende Krankheits auslösende Faktor in der chinesischen Medizin. Typische Merkmalen für eine Windschädigung sind das plötzlich aus auftreten und Verschwinden der Kader, die stark wechselnde Lokalisationen, der heftigen Jückreis und die Beteiligung des Körpers. Allgemein kann man sagen, dass Windschädigungen auch den oberflächlichen und flüchtigen Charakter einer Erkrankung beschreiben. Dies gilt für alle Formen der Uticaria. Bei der chronischen Form geht die chinesische Medizin davon aus, dass der Krankheitsprozess in den Tiefen des Körpers eingedrungen ist. Die tiefste Ebene in der Krankheitsprozess vordrinken ist die Shue-Ebene. Der Bereich des Shue, Anländer dem Blut entsprechend, muss bei chronischen Formen der Uticaria unbedingt mitbehandelt werden. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass Stagnation im Fluss des Shue beseitigt werden und eine harmonische Shue erreichend werden. So kann das Shue zum Beispiel mit geeigneten therapeutischen Maßnahmen gekühlt und auch bewegt werden. In der Tat haben sowohl das Zellulär als auch das hormonale Immunsystem viel mit dem Blut zu tun. Behandlung mit Akupunktur Die chinesische Medizin hat ein breites Indikationsspektrum. In der Indikationsliste der World Health Organization ist die Akupunktur als eine Therapiemöglichkeit aufgeführt, mit der sich Nesssucht bzw. Uticaria behandelt lässt. Während eine medikamentöse Therapie symptomatisch die äußeren Auswirkungen behandelt, wirkt die Akupunktur der Ursache entgegen. Die Akupunktur wird in der chinesischen Medizin als die äußere Behandlungsmethode bezeichnet. Sie eignet sich besonders gut, um Erkrankungen zu behandeln, die sich an der Oberfläche des Menschen abspielen. Zur Oberfläche zählen vor allem die Haut und die Schleimhäute des Menschen. Aus diesem Grund können zum Beispiel grippaler Infekt oder Allergie in vielen Fällen gut mit Akupunktur behandelt und ausgeleitet werden. Da der wichtigste Krankheitsauslösungsfaktor bei der Uticaria Wind von ist, geht es in der Behandlung vor allem darum, Wind aus der Oberfläche auszuleiten. Eine Reihe von Akupunkturpunkten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich besonders eignen, Winderschädigung auszuleiten. Dies lässt sich bereits an ihrem Namen erkennen wie Teich des Windes, Port der Winde, Versammlungshalle des Windes oder auch Marktplatz der Winde. Die Akupunktur sollte ein bis drei Mal pro Woche durchgeführt werden. Dabei geht aus Erfahrungswert, je häufiger die Schuhe, desto häufiger die Akupunktur. Insgesamt sollten abhängig vom Krankheitsverlauf mindestens zehn bis zwanzig Akupunkturbehandlungen durchgeführt werden. In einigen Studien, die 2005 und 2010 in Deutschland durchgeführt werden, könnten eine spezifische Jüngerreise berührende Wirkung von bestimmten Akupunkturpunkten nachgewiesen werden. Daher ist der Stellenwert der Akupunktur speziell bei der Uticaria besonders hoch einzuschätzen. Darüber hinaus ist diese Art der Therapie komplett liebenwirkungsfrei. 1. Chinesische Haipflanze Oft wird Akupunktur auch in Kombination mit chinesischer Haipflanze eingesetzt. Im Allgemeinen gilt die Behandlung von Hautkrankheiten in der chinesischen Medizin aus einer Domine der Arzneimitteltherapie. Einige Haipflanzen werden zur Behandlung von Uticaria besonders häufig eingesetzt. Dabei handelt sich wiederum mit, die Winderschädigungen auszuleiten können. 2. Teichlinsenkraut aus der Buchen, der die Oberfläche offenen Arzneimittel beruhigt, Juckreis und beseitigen Hautausschläge. Es zeichnet sich auch dadurch aus, dass es Oberfläche, Bedienung und Schwellung zerteilt. Die Niederboreale Wurzel und das Karzenmünzenkraut wurden häufiger als Kombination verordnet. Der chinesische Name der Niederboreale Wurzel, Fangfung, bedeutet Schutzschild gegen den Wind und weist auf die Wind-Zerstreute-Werkung hin, welche bei der Mitte zu eigen ist. Sie wird auch zur Beruhigung von Juckreis bei atokischen Exzellen verwendet. Wenn Windschädigungen vom Organismus nicht frühzeitig wieder beseitigt werden, besteht die Gefahr, dass sie in die tiefste Ebene des Schuhe eindringen. Die große Dynamik Wurzel von Wind führt hier einerseits zu Hitz und andererseits zu Störungen, Irritationen und Staubungsphänomene im Fluss des Schuhe. Zur Behandlung werden häufiger Finsterrose gewachsen und die Rinde der Staubfinsterrose verwendet. Beide führen zu einer Kühlung und harmonischer Bewegung des Schuhe. Ihre Bitterstoffe haben zusätzlich eine entgiftungs- und beruhigende Wirkung. Zusätzlich wird innerhalb der Therapie auch das Schopfen Empfehlungen mit dem einerseits der Metabolismus angekoppelt werden und andererseits die Feuchtigkeit, die für die Exzellen teilweise verantwortlich ist, aus dem Körper entzogen werden. Die Histamine, die unser Immunsystem bei Kontakt auf Reizstoff produziert, verursacht von Adiodine. Mit Schopfen lässt sich die Feuchtigkeit wortwörtlich heraus sagen. Zu guter Letzt noch einige Tipps. Man sollte auch bei der Ernährung und bei Lebensstil gewisse Punkte beachten. Hier sind einige Tipps, die man schon präventiver befolgen sollte. In der chinesischen Diätetik gilt Schweinefleisch, Hühnerfleisch und Eier sowie Krebse und Garnine als Lebensmittel, die Winde von verstecken können. Sie sollten daher bei der Unikare gemütlich werden. Man sollte generell auf Schaftessen verzichten und bei Füchten kein Mango oder Nongai. Das Essen sollte nicht zu süß oder zu salzig sein. Eine Hibos-Trennersame oder Kois-Suppe, auch chinesische, Yi Yi Ren, kann das Immunsystem stärken und die Haut fliegen. Oftes Wasser trinken, um den Metabolismus zu unterstützen. Ausreichender Schlag wird Empfehlung und ist ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Lebens. Um sich eine heitere und positive Stimmung zu bewahren, ist bei Hauterkrankungen sehr wichtig. Damit sind wir für heute am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte Sie gut über das Thema Nesse sucht aus Sicht der TCM informieren. In regelmäßigen Abstände werde ich neue Informationen zum Thema TCM veröffentlichen und würde mich sehr froh, wenn Sie meinen Kanal abonnieren werden. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.